Herzlich willkommen an der WFI. Mein Name ist Florian Nicolai und ich studiere im vierten Semester BWL. Die erste bayerische Uni gab es in Ingolstadt 1472. Unsere Fakultät steht seit 1989 hier. Schauen wir mal rein. Jetzt gerade befinden wir uns im Foyer vom Hauptbau. Im Hauptbau findet ihr Seminare, das Rechenzentrum, die Studienberatung und die Cafeteria. In der Cafeteria kann man sich einen spannenden Kaffee holen, bevor es wieder ans Arbeiten geht, und zwar hier in der Bibliothek. Psst, jetzt sind wir gerade in der Bibliothek. Wie ihr sehen könnt, war das Ganze früher in meiner Kirche. Ich stehe gerade auf der Empore und hinter mir seht ihr den Regalturm, den ehemaligen Chorraum. Jetzt befinden wir uns im Bücherturm. Die perfekten Arbeitsbedingungen für jeden Studierenden. Man hat viel Platz, kommt schnell an seine Bücher ran und hat bis 23 Uhr Zeit zum Arbeiten. Jetzt sind wir gerade im Obstgarten. Die Atmosphäre hier ist einer der Gründe, warum ich extrem gerne an den hier studiere. Die Hängematten laden ein zum Entspannen mit Freunden nach dem Lernen und hinter uns seht ihr den Neubau. Dort findet ihr Vorlesungsräume, Seminarräume, Büros und eine geniale Aussicht auf die Stadt im dritten Stock. Schauen wir mal rauf. Was für eine Aussicht. Abgesehen von der Aussicht sind die Vorlesungen in unseren kleineren Hörsaien immer ein Highlight. Das Betreuungsverhältnis ist noch besser hier und die Schwerpunktfächer können perfekt behandelt werden. Wenn es mal größere Veranstaltungen gibt, haben wir unten den großen Hörsaal. Den schauen wir uns jetzt mal an. Herzlich willkommen im großen Hörsaal. Hier finden Veranstaltungen statt wie... Oh, schon Mittag? Dann mal ab in die Mensa. Jetzt sind wir in der Mensa. Mannis Feinkostküche. Heute gibt es Seehechtfilet, eine überregional bekannte Spezialität von Manni und logischerweise auf TripAdvisor zu finden. In diesem Sinne, guten Appetit. Einen guten Appetit. Und dann nach dem Essen vor dem Essen ist, hat der freizeitorientierte Studierende hier die Chance in der Cafeteria, sich noch Kaffee und Kuchen zu besorgen oder so wie ich ein Erfrischungsgetränk zum Wohle. Das war unsere kleine Campus-Tour in Ingolstadt. Ihr habt noch Geheimtipps für Ingolstadt oder kennt Orte, die für jeden neuen Studierenden ein Must-Have sind? Dann schreibt in die Kommentare. Wir sehen uns auf dem Campus. Ein bisschen vorherkl sanctions, fünf, schreibt in die Kommentare. Denn die